hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge endergames kam mir schon lange nicht mehr und da wollten wir jetzt einfach mal gucken ja ist mir jetzt eigentlich egal wie die runden so werden relativ weil im moment hat sich endergames so ein bisschen im moment ein bisschen hart ab das ist halt das problem ja irgendwas 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 geiles ja geht so eigentlich ist nicht eigentlich nur crap gut ist der doppelsprung manchmal ist so gut funktioniert funktioniert manchmal ast rein nice air dice air wenigstens ein diarschwert außer es kommt jetzt schon abfucker mit seinem hässlichen schneeball so haben wir jetzt auch das diarschwert ganz klassisch so gucken wir mal ob wir den hier kriegen können so alles klar so alles klar brennt er tot danke für deine rüstung und ich nehme ich auch richtig ernst mein bruder danke wo wissen du was war das naja egal so haben wir das inventar ja auch jetzt mal sortiert so gucken wir mal wo der nächste gegner ist gar nicht mal so weit entfernt ist nicht allzu geil aber machst halt nichts alles klar bruder bis jetzt läuft es doch eigentlich relativ gut würde ich jetzt mal behaupten ein bisschen leder alles klar alles klar so jo ok haben wir das auch mal erledigt alles klar alles klar bruder alles klar bruder alles klar oomg das ist so knapp gerade gewesen alter fuck that shit oh mein fucking oha ich laufe ist mir ein bisschen zu gefährlich hier okay hauen wir einfach ab hauen wir einfach ab hauen wir einfach ab hauen wir einfach ab nein ok Scheiße, der ist ein bisschen stuff. Ich versuche, ihn mir jetzt aber zu holen. So, nehmen wir den ernst? Danke. Okay. Haben wir den auch geholt? War eigentlich jetzt nicht so schwer. Aber naja. Machst du halt auch nix, ne? Okay. Gehen wir mal auf den Baum hier. Ich fühle mich jetzt gerade nicht ganz so sicher. Aber alles klar. Wie viele Leben denn noch? Alles klar. Ich denke mal, es gibt hier schon ein paar Leute, die richtig fucking krass gegrübt sind. Machen wir uns einfach mal eine Hose. Und einen goldenen Apfel. Alles klar. Alles klar. Okay, 50 Blöcke. Wo ist denn der? Alles klar, haben wir den getroffen. Alles klar. Alles klar, Bruder. Alles klar. Alles klar. Zack, haben wir den. Alles klar. Okay, der eine ist wohl Schinken. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Okay, haben wir hier ein bisschen Stuff. Aber den brauchen wir eigentlich gar nicht. Also vermute ich jetzt mal. Ja, die Runde läuft ja eigentlich doch ziemlich gut. Stärke 1, Bo. Super geil. Also gehen wir jetzt mal ein bisschen mehr mit dem Bogen drauf. Brauche ich... Ah, okay. Jetzt das geilste... Nicht das geilste, aber es wäre schon jetzt ziemlich geil, wenn wir jetzt... Ja, wie heißt denn der Scheiß? Einen Verzauberungstisch finden würden. Wäre ich schon mal ziemlich happy. Weil ein Derschwertschärfer 1 wäre jetzt nicht allzu scheiße. So, das ist jetzt mal eine zweite Runde Ender Games übrigens heute. Wollte ich nur mal anmerken. Also läuft eigentlich dafür ziemlich gut. Ähm... Mhm. So. Wo ist denn der? Okay, ich glaube, der ist abgehauen einfach so ein bisschen. Ja, der ist weg. Okay. Suchen wir mal hier auf der offenen Fläche, sage ich jetzt mal. Einfach einen Verzauberungstisch. Wäre jetzt cool, wenn wir ihn finden würden. Okay. Ein Eisen... Nein, ich meine ein Gold noch da. Oh, okay, da unten ist er. Okay, haben wir schon mal das Ding. Das Gold. Okay, cool. Bei dem Typ läuft der mal richtig. Nehme ich richtig ernst. Okay, haben wir auch einen Dial... Äh, wie gierig. Der hatte schon einen Dialhelm. Okay. Okay. Okay, krass. Oh fuck, ich lagge. Okay, ich und er sind alleine. Hallo? Kannst du mal bitte aufhören zu laggen? Oder? Alles klar. Ach, leck. Hä? Okay. Oh, scheiße. Okay. Sind wir hier runtergefallen? Okay. Ich hab' mein Kompass verloren. Ich hab' meinen Kompass verloren. Okay, ähm... Das ist jetzt nicht so geil, muss ich jetzt so sagen. Ähm... Da ist ein... Verzauberungstisch. Schäfer 1. Nice, nice, nice. Ähm... Ja, das ist jetzt ein bisschen Kacke. Einen goldenen Apfel könnte ich mir auch noch craften. Alles klar, Bruder. Ja, hier hin, bitte. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wo mein Gegner ist. Das ist mein Problem. Ah, da ist er. Alles klar, alles klar. Okay. Alles klar. Okay, er ist einfach drauf. Einfach drauf. Okay. Okay, der geht mir schon krass. Okay. Halb bis jetzt! Okay, JJ. Auf jeden Fall. Kann man mal da lassen. Ach so, ja. Okay, gebannt. Cool. Äh, ein Herz. Äh, steht aber halb bis jetzt zu. Wixer. Spaß, Brudy. Äh, Sprudy. Ja, Sprudy. Okay. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war's für die Endergames-Runde für heute. Ähm. Auf jeden Fall. Ja. Das war's für die heutige Endergames-Folge. Und ja. Wenn ihr mehr sehen wollt von Endergames oder was für Spielmodis ihr gerne sehen würdet, dann schreibt's einfach in die Kommentare. Und ja. Ich bin jetzt Mr. Amoregame. Ich glaube immer in Wahr und Reise rum. Äh, ja. Ganz klassisch. Äh, nee. Haut rein, Leute. Und ciao.